Hallo, mein Name ist Finja Schlichting, ich bin 25 Jahre alt und habe 2018 die Ausbildung zur Industriekauffrau bei der BLG begonnen. Seit einem Jahr bin ich jetzt im Bereich der Personalentwicklung tätig und Ausbilderin für die Industriekaufleute. Letztes Jahr im September habe ich angefangen bei der FOM nebenberuflich Betriebswirtschaft und Wirtschaftspsychologie zu studieren. Da ich im Bereich der Personalentwicklung tätig bin und im Ausbildungsbereich arbeite, habe ich mich für diesen Studiengang entschieden und ich hoffe, dass ich mein erlerntes Wissen von der Uni mit meinem Job verknüpfen kann. Die BLG unterstützt mich bei meiner Weiterbildung und übernimmt einen Teil meiner Studiengebühren. Ich habe mich für die FOM entschieden, da ich aus meinem Freundeskreis von der Hochschule gehört habe und dann an einer Infoveranstaltung teilgenommen habe. Schlussendlich war die FOM die Hochschule, die sich am besten mit meinem Arbeitsalltag verknüpfen lässt. Witcher 1